... Weiter, weiter! Weiter, weiter! ... Ich will doch wieder sagen, Frau Meier, ich muss doch noch eine Einrichtung nehmen. Sehr schwer, richtig sauer. Jetzt sind wir gerade mit der Vorbereitung. Ich bin gerade mit der Vorbereitung. Das ist so eine Scheiß-Innotierung. So ist gut. Zwei Meter Meter. Schulte haben Vorschulter. Genau. Komm rein. Komm rein. Komm rein. Komm rein. Komm rein auf die Tür. Richtig einander, endlich! Ich schuze ihn hervor! Sie verktypen! Sieh, sieh! Sieh, sieh! 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 Immer wieder ran an den Arm, aber. Und die Schulter fort. Dann mit und drehen zur Zunge. Und mitbekommen. Vorsicht, Handgeleck. Hände runter! Achtung! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.